Servus meine lieben Ulmen Freunde und Ulmen Freundinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight heute mit dem Killer unterwegs und zwar werde ich jetzt ein paar Fallen stellen, weil ich stehe auf Fallen. Einmal hier, zack. Einmal hier in diesem wunderschönen Fenster, zack. Dann werde ich ein bisschen die Leute nerven gehen. Alter, was geht mit ihr? Zack. Verrecke. Und ist sie in meine Falle gelaufen? Ne, sie nicht. Sollte das? Oh, hier sind noch gute Orte. Ich will doch einmal hier in der Falle platzieren. Zack. Dann werde ich mir das Tote mir holen. Haben wir ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Ja, renn nun mal. Ich habe hier ein paar Erledigungen zu machen. Erstmal schön überall eine Falle platzieren. Ja, haben sie schon den ersten gemacht. Ich hoffe gleich, dass wir ein bisschen schneller gehen. Die ganzen Fallen zu platzieren. Zack. Alter, wie schnell sind die denn unterwegs? Ich muss erstmal alle Fallen legen. Das dauert doch erstmal ein bisschen. Oh, da ist in die erste Falle gelaufen. Liegt da ja auch nice. Vielleicht auch mal so liegen. Oh, Taschenlampenboy. Was machst du denn hier? Hau mal ab von mir. Komm. Da ist eine schöne Falle. Die auf dich wartet irgendwo da nicht. Ja, komm. Komm. Geh in die super Falle. Geh in die super Falle. Hach. Was rennt denn nicht da herum? Ah, das hat... Ich habe fast schon geahnt, ey. Zack. Ich mache natürlich jetzt mir auch noch Druck, ne? Gut, dann fängt ich zum Schöchst dabei. Neusscalling ist nice. Und, ja, vielleicht. Tantrophobie geht auch noch klar. Und Noah, naja, Noah, bin ich jetzt kein Fan von. Hallo. Wo seid ihr? Seid ihr da? Da seid ihr doch. Oh, auch ein Taschenlampenboy. Oh, das war knapp. Alter. Wieso lasse ich mich denn die ganze Zeit so drehen? Was ist das denn? Nee, du kommst jetzt her. Boy. Oh, nee, hat noch die S, oder? Hat sie noch die S? Ja, sie hat noch die S, die sie dir aufheben sollen. Komm, rechts lang. Rechts lang. Oh, 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 oh. Ah, Mist, war so klar. Das war etwas krümer, Lady. Das hat gar nichts gebracht. Oh, den werden wir erst mal tunneln. Werd ich mit dir. Die werden wir jetzt erst mal tunneln. Oder nee, wir gehen erst mal hier hin. So. Das war jetzt noch wichtig. Ihnen, da können wir die, die hat in die Tasche, äh, die Falle locken. Ach, geh doch. Geh doch in eine Falle. Warum funktioniert ihr denn nicht? Warum liegen denn die Fallen so kacke? Oh, shit. Was war das denn jetzt? Oh, shit. Yes. Die lösen auch die ganze Zeit meine Fallen aus. Sind die so offensichtlich, die Fallen? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hör auf damit. So. Alter, wie die Jen rushen. Wie die Jen rushen. Und alle meine Fallen sehen. Die mach ich halt zu. Na, jetzt komm schon. Nicht ruhig werden als jetzt zuerst, ey. Ich muss nur genug Druck aufbauen. Alter, als ob. Ich stand vor einem Stein. Ich hab den Stein angeguckt. Komm, da liegt eine schöne Falle. Da liegt eine schöne Falle für dich. Da liegt eine schöne Falle. Als ob die da dran vorbeigeht. An der Falle. Ja, genau. Als ob die da dran vorbeigeht. Nein. Nein. So, jetzt aber. Schön den Baum angucken. Ach Mann, ist das eine scheiß Runde. Oh. Zack. Und ihn auch nochmal. What? What? Auch nochmal. Komm her. Da liegt eine Falle. Was ist das denn für eine Frechheit? Da liegt doch eine Falle. Ey, ich check's nicht. Hier liegt doch eine Falle. So, komm du jetzt erstmal her. Ich versteh's nicht. Hahaha, da liegt auch nur eine Falle. So, wo ist ein Haken für dich? Alter, das ist alles nicht so gut. Die laufen einfach mal in den Fallen drüber. So, jetzt aber schnell zurück. Die haben die jetzt eh gleich schon gemacht. Ja, da sind sie auch schon dran. Komm her. Hier nubbelts. So, du auch nochmal. Frechheit. Eine bodenlose Frechheit ist alles hier. So, der ist down. Ja, die werden safe den Ausgang erforschen. Ach, was war das? Er hat bei meinen Fallen drüber gerannt und die einen down zugemacht. Waren die denn wirklich so offensichtlich die Fallen? Waren die denn wirklich so offensichtlich? Ich müsste mal mit Trapper üben. Oh, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Was? Alter, was hat die für eine krasse Taschenlampe, ey? Ah, T-Bagger, Alter. Play with your friends wahrscheinlich. Diese fucking Taschenlampen-Piep-Tone jetzt mit einfügen. Ah, Trapper ist nicht so geil. Ah, muss auch mal verlieren. Aber ich habe es T-Bagger, die hätte ich gern fertig gemacht. Alter, jo, alle Rang 1. Na, nice Taschenlampen, natürlich hat man gemerkt, ey. Ach, die haben safe zusammengespielt, die haben safe zusammengespielt. Das war so gut abgesprochen alles. Oh, wie sind wir Rang 2-Killer? Nein. Ja, meine lieben Zuschauer. Dann würde ich sagen, das war es mal eine komplette ganze Runde. Hat ein bisschen länger gedauert natürlich. Gehen wir zu anderen Folgen. Weil ich da sonst mal doppelt Folgen mache. Da würde ich sagen, danke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Schalte die nächste Woche wieder ein, wenn es eine neue Folge Dead by Daylight gibt. Tschüss.